Hallo und Willkommen hier bei Minecraft Container. So, ich komme hier heute ganz schön groß, aber weil die Decke zu niedrig ist. Okay, gut. Ich habe mal was ausprobiert, aber es... Hä? Jetzt geht's? Warte mal. Hä? Lass mich mal kurz was ausprobieren. Okay, geht. Okay, schalt doch zu funktionieren. Okay, jetzt probiere ich mal noch was anderes. Ja, ich hatte das Problem. Was ja nicht wirklich jetzt ein Problem war. Das hätten wir auch gelöst. Ich hatte das Problem, dass von den Tanks nichts ankam. Das holen wir mal ein bisschen von dem... dem hier. Ja. Und werden versuchen, Triebhut herzustellen. Zack. Funktioniert. Okay, dann lassen wir das so. Funktioniert doch. Dachte, man müsste da ein bisschen rum experimentieren. So. Okay, dann haben wir das so weit mal fertig. Das machen wir jetzt mal fertig. So oder so. Also, wir wollten ja unseren Tinker weitermachen. Mh, 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 die Werkzeug essen. Ja. Und dazu brauchen wir diese Walzmaschine. Und für die Walzmaschine brauchen wir Kompressoren. Und für die Kompressoren brauchen wir elektrischer Schaltkreis. Für den elektrischen Schaltkreis brauchen wir Silizium. Und jetzt will ich doch mal gucken. Aber was für Liquid? Wasser? Steam und Liquid. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Wir haben hier Sand. Und das machen wir jetzt mal da rein. Zack. Error. Mit Latex. Es ist ja nur Boilers. Not hot enough. Water to make steam. Wir brauchen Water. Okay. Wir brauchen Water. Das will ich hier mal kurz aufmachen. Okay. Wir werden uns jetzt nochmal so einen Pipe bauen und so einen Tank. Okay. Eh, fuck. So. Ein Eisenzahnrad. Das kriegen wir hin. Machen wir uns mal schnell ein Eisenzahnrad. Nein. Meine Spitzhacke. Die brauchen wir. Ähm. So. Zack. Und Eisen. So. Okay. Tank. Und vier Eisenbahn. Das kriegen wir hin. So. Iron. Ja. Komm her du. Danke. Äh. Dann habe ich alles da. Ja. Gut. Das haben wir. Tank. Brause bauen. Brause bauen. Brause bauen. Brause bauen. Brause bauen. Ist ja logisch. Äh. Brause. Wie viel brauchen wir. 6 Stück. Okay. 1. Äh. Ja. Brause nehmen. Hallo. 2. 3. 3. 4. 5. 6. Okay. Zack. Und dann haben wir den Tank. Und dann werden wir gleich noch platzieren. Äh. So. Und da kommt dann auch noch. Wir brauchen noch eine Pipe. Eine Pipe. Ähm. 2 Brause bauen. Und klar. Ist okay. Noch kurz zwei Brause bauen. Gießen. 1. 2. Okay. Ich hoffe das reicht. Ich hoffe das reicht. Zack. 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 Okay. Äh. Tank. Zack. So. Wasser. Water. Ich hoffe es funktioniert. Ich habe es nicht getestet. Ich habe es echt nicht getestet. Ähm. Mal da rein. Ich nehme es mal rein. Minimum. Ich nehme jetzt kurz zu schneiden. So. Oxidianspick's an. Äh. Timothy. Das machen wir auch kurz da rein. Weil ich brauche jetzt Platz für Wasser. Mh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hoffen wir doch mal, dass das Mim-Stil funktioniert. 1, 2, äh, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Error. Latex, ey. Wie kriege ich, wie komme ich an Latex? Ich brauche jetzt da noch Latex. Also Steam haben wir ja. Das dreht sich auch schon ein bisschen. Äh, wir brauchen noch mal. 2. Von dem... 3. Ups. 1. 2. Ey, wie kriege ich? Wie? Stell mal Latex. Ja. Wie stellen wir Latex? Ey, das ist doch... Also schon wirklich, äh, schwierig zu machen. Latex. Eimer. Latex Eimer. Abfüller. Latex Zelle. Ja, äh... Ja, äh... Was ist das? Eine elastische Prinzessin. Latex Prozessor Einheit. Okay. Latex. silizio ja klar gummibaumholz akazien ok ok warte mal stopp wir müssen doch im baum fällen habe ich hier irgendwie kreik sondern gehen wir schnell schlafen konnten können schlafen ja wir können schlafen so nach oben und so ein bisschen baum nehmen und dann werden wir muss man bis hier auf dass es funktioniert nicht geizen werden ja ist immer so eine sache wenn man hier das sieht ja da ist schon ein kollege ach du scheiße ach du scheiße alter alter was ist hier los ich habe bogen natürlich weggelegt ich wollte bloß ein paar bolle pflanzen hast mich nur bürger essen ich wollte doch bloß ein paar bäume pflanzen warum das war maus ey so komm her du ich brauche meinen bobe ich brauche meinen bobe ich brauche meinen bobe keine einer wow wo ist das blöde wie ich es hat sich verpisst oder was er ist so ein bogen holen naja na dann gut ich wollte wo setzt man hier gehen wir mal hier hin Zack, Baum hier. Achse. Ok. Achst. Und ja, klar. Um Erde? Natürlich nicht. Machen wir dasselbe noch. Ne, ich würde erstmal kurz die. Das Ding einsammeln. Dann werden wir das mal kurz gleich reinmachen. Da brauchen wir ein Stückchen Kies. Ich hoffe mal, dass da Latex rauskommt. Hallo. Wie funktioniert das? Presse. Samenkernöl. Ok, jetzt gucken wir das nochmal an. Latex. Latex. Presse. Apfeller. Nein. Nochmal. Hä? Wie kam ich da auf die Idee? die fluid extractor haben wir doch ja so wie kein gummibaumholz oder wie oder was doch gummibaumholz 5 Sticks Produktion Average aber wie funktioniert 3 Sticks 1 1 1 3 2 3 4 5 4 6 auch der strom da wird er ja angeschlossen latex tank, fluid container down front das Holz da rein ich kapier es gerade ehrlich gesagt nicht ich möchte nur stick normales latex haben latex prozesse oh Gott ok magmatik ab zu der presse ja aber wie dieses drill das haben wir doch oder nicht aber wie funktioniert der warum 3 fluid extractor von industrial forward going ist genau der so dann liegt es nicht an so 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 da hat da hat hier nämlich eine öffnung aha 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 okay stopp end ich bin ja auch aber das heißt das heißt so ist das heißt ich bin ja auch nicht dann müssen die den Kack als Zudate vorstellen okay so und dann noch einmal bin ich ja mal gespannt ein Blockblazer wäre nicht schlecht ein Blockblazer gibt sowas ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer was gibt es denn sonst noch ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer ein Blockblazer das wäre vielleicht eher was Das ist eine Diamantspielzarge, wenn man die Titanenblatt hergestellt bekommt. Ruteal. Hm. Ruteal. Ruteal. so da haben wir schon latex einmal das heißt wir werden in den nächsten folgen hier noch ein tank mit latex in die baum und während der latex rein machen 250 der boiler ist not hot okay dann müssen wir irgendwie noch befeuern das probiere ich noch kurz aus lass mich mal gucken das probiere ich noch kurz aus zu machen hier hier wie eimer einen eimer das probieren und da müssen wir schon wieder den nächsten umgebaut ich brauche einen eimer jetzt wird es hot okay machen wir die sache nämlich voll und jetzt kriegt der temperatur hat temperatur okay latex das probiere ich jetzt noch aus das ist jetzt alles dann funktioniert das machen wir da mal kurz das wasser raus ja es ist richtig fein aber so krieg es jetzt am schönsten haus so der ist leer so dann haben wir hier einen eimer mit latex water to make steam ja okay wir brauchen noch wasser also noch wasser also mehr latex öl und lava oh mein gott gut nächste folge wissen wir bescheiden wir brauchen noch wasser dann gucken wir mal was das hier läuft dann machen wir mal raus hier auch du auch und du auch machen wir gleich mal noch in unseren tank da rein ja mehr kommt das sache immer näher schritt für schritt dauert ein bisschen aber ich meine da haben wir zeit machen wir gleich mal wieder so ein bisschen so da machen wir gleich mal wieder so ein bisschen dazu nehmen wir die bäume hin in den eimer so gut dann Latex so gut so gut so gut so gut Schön! Das bauen wir weg hier. Da kommen die Eimer rein. Gut, wir zahlen. Wir bauen uns in der nächsten Folge noch einen Tank mit Wasser. Und noch Pipes. Und dann müsste es eigentlich laufen. Gut, ich bedanke mich mal fürs Zusehen, fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.